Ähm, wir wollen uns natürlich auch noch danach das DaVinci-Video angucken. Und zwar Loredana-Boykott. Kritik gegen Loredana wird größer. Bin ich sehr, sehr gespannt, was DaVinci dazu zu sagen hat. Ähm, es wird auf jeden Fall wild. Dino schreibt, kein fangs bei. Ähm, entweder wollt ihr jetzt nach KuhnDV noch den Abschluss machen oder geht halt jetzt, weil DaVinci kommt. Nee, aber jetzt bin ich, jetzt wird's wild auf jeden Fall. Denn bei Loredana, muss ich sagen, ähm, empfinde ich nichts, außer das Wort abstoßend. Und ja, das Wort abstoßend trifft, ist relativ gut. Herzlich willkommen beim Nettes Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Loredana und die wachsende Kritik zu ihr. Denn ihre Musik ist schon länger in der Kritik, beziehungsweise auch ihre Person. Aber momentan hat das so ein Level erreicht, was bis dato noch nicht da war. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Ich sehe, mich gucken relativ viele, die noch kein Abo dagelassen haben. Also lasst, bevor wir jetzt hier mit dem Video anfangen, kurz... Ja, das liegt einfach daran, dass es, wie bei Promiflash, gucken auch nicht alle Abonnenten diese Videos. Sondern die werden irgendwo angezeigt, bei empfohlen und dann, äh, ja, bekommt man einen Aufruf. Ich meine, ich würde jetzt auch kein Abo dalassen, wenn ich weiß, die Videos, die sind langweilig oder so. Deswegen sollte man da mehr Qualität wahrscheinlich reinstecken. Aber okay. Da ist doch ein Abo da, würde mich sehr motivieren und freuen. Und dann machen wir jetzt auch schon weiter mit dem ganzen Thema rund um Loredana. Ja, immer muss man schauen. Für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, warum Loredana jetzt so einen Shitstorm abbekommen hat, das hat natürlich eine Vorgeschichte, da kommen wir auch noch ein bisschen später zu. Aber es hat jetzt auch einen ganz akuten Fall gegeben. Und zwar, Casey Rebel und Summer Jam, die ich eigentlich mag, haben zusammen mit ihr... Also ich muss sagen, die... Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, Bro, Mensch, grüß dich. Schön, dass du da bist, Bruder. Also ich finde es einfach eine ganz traurige Sache, dieses Lied. Also nicht nur, dass das abgekupfert ist von Beyoncé. Es ist dazu auch noch ein ganz, ganz großes Armutszeugnis, dass Casey Rebel und Summer Jam mit dabei ist. Also Casey Rebel, den höre ich mir sowieso nicht weiter an. Aber die haben sich damit halt noch lächerlicher gemacht, als sie so schon sind. Ich kann mir Summer Jam auch nicht geben. Es ist halt Auditune, sein Urgroßvater genauso, auch Casey Rebel. Ähm, ist für mich... Musikalisch gucke ich mir nicht an. Und Loredana, ähm... Es kommt nicht abstoßen, keine Ahnung. Also die verabscheue ich wirklich. ...einen Song veröffentlicht. Und dieser hat einen ziemlichen Shitstorm abbekommen. Denn er ist zwar in den Trends sehr erfolgreich gewesen... Ach, das ist die beste Ehre. ...und hat auch sehr viele Klicks, fast 3 Millionen, erreichen können. Aber auch fast 50 zu 50 Dislikes. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, weil Summer Jam und auch Casey Rebel eigentlich sehr beliebt sind. Und auch Loredana natürlich sehr viele Fans auf ihrer Seite. Die hat einfach auf Instagram 2,8 Millionen in Follower. 2,8 Millionen. Wollte ich bloß noch sagen. 2,8 Millionen. Und dann ist das schon sehr ungewöhnlich, dass so ein Lied dann so schlecht ankommt. Und die Leute verzeihen einfach nicht, dass die Melodie 1 zu 1 von Destiny's Child, Say My Name, abgekupfert wurde. Und das ist mittlerweile auch so einfallslos im Rap, dass viele Flow-Passagen, beziehungsweise auch ganze... Autotune ist meiner Meinung nach nicht zwingend, was schlecht ist und kann ein gutes Stilmittel sein. Ja, dünner Bezwinger, die meisten mittlerweile, und das ist halt für mich das Problem, können nur mit Autotune. Das ist für die kein Stilmittel. Die können das nur, weil die in echten Leben so ohne Autotune so eine beschissene Stimme haben, sodass die halt auch richtig abkacken. Hört die einfach mal, hört die einfach mal Eno an. Hört die mal live an. Habt ihr ja gehört, wie das klang. Ja, Melodien 1 zu 1 übernommen werden, dass das einfach nur noch nervig ist. Es ist normal, im Rap zu samplen und mal einen Beat neu aufzulegen, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Flows mal mit dem eigenen zu verknüpfen. Aber es ist irgendwie schon langsam einfach nur noch lächerlich. Und das hat einfach nochmal irgendwie, glaube ich, das Fass zum Überlaufen gebracht. Und viele auch ziemlich sauer gemacht von den Fans von Casey Rebel und auch Summer Jam. Denn die Kommentare sind einfach... Flo ist einfach grandios. Das ist wirklich sehr lustig. Ich blende hier mal ein paar ein. Aber auch sehr bitter für Summer Jam und Casey Rebel, die wahrscheinlich trotzdem in den Charts erfolgreich scharten werden. Aber ja, sowas wollten die wahrscheinlich dennoch nicht haben, so ein Shitstorm. Was ist aber der ganze Auslöser der Geschichte? Dazu kommen wir jetzt mal zu sprechen. Für alle, die mit Loredana jetzt überhaupt nichts anfangen können, sei gesagt, sie hat ein Platz 3 Album in Deutschland geschafft und 5 Nummer 1 Hits mittlerweile. Und auch... Junge, vor allem was für... Wie ein Dollarsmile. Das ist schon ganz, ganz armes Deutschland. Bonnie und Clyde, ganz armes Deutschland. Sonnenbrille, ja, das war ja übel gehypt, keine Ahnung. Hab ich noch nie angehört, weil es Rotz war. Romeo und Juliet, das ist ja alles mit Mossick, ne? Hier, Mozzi, Mossick, Mossick. Gut, das hat sie selber, hier selber. Das einzige Lied, was ich persönlich von ihr nicht schlecht fand. Und ich hatte nur ein einziges Lied von ihr, wo ich sagen muss, es ist nicht die komplette Scheiße. Jetzt rufst du an, das war noch musikalisch in Ordnung. Aber jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du... Das war noch ein Lied, wo ich sagen muss, okay, es ist mal noch musikalisch. Und die klangen nicht komplett asozial, aber sonst klingt die halt zu asozial, hatte ich gar keinen Bock drauf. Auch einige goldene Scheibplatten erreichen können. Also sie ist durchaus erfolgreich auf der einen Seite. Und man muss aber auch sagen, dass es eine ziemlich dumme Entscheidung war, die ganzen Streams von Spotify und Co. in die deutschen Charts mit einfließen zu lassen. Auf der einen Seite freue ich mich für Deutschrap, das jetzt... Aber auf der anderen Seite verwäscht das ja schon ziemlich. Wenn 200 Millionen Streams durch Kai und Co. zustande kommen und die dann auf Eins scharten oder eine goldene haben, ist das einfach nicht mehr das Gleiche, wie wenn jemand einfach in den Laden geht und sich die CD kauft. Also das könnt ihr einfach nicht miteinander vergleichen. Und wenn Michael Jackson zwei Nummer Eins-Sits in seiner Karriere geschafft hat und eine Loredana in ein, zwei Jahren jetzt fünf, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dann ist das einfach nur noch traurig. Und gerade auch im Hinblick dessen, dass man das sehr krass manipulieren kann mit den ganzen Streams und Co. Das haben wir ja in der einen Doku mit Kai auch gesehen. Das ist jetzt der eine Punkt, dass sie sehr... Nubi, danke für den Follow. Aber es gibt auch eine Vorgeschichte zu ihr, denn sie hat wohl, ich muss mich jetzt zurückhalten, ein Rentnerpaar, beziehungsweise ein älteres Paar aus der Schweiz betrogen. Petra Z soll sie um 700.000 Schweizer Franken, das sind in etwa 650.000 Euro, betrogen haben. Soll. Alter. Sie behauptet das nach wie vor und spricht auch einiges dafür, dass da wohl was dran ist, denn der Anwalt von Loredana hat wohl eine Gegendarstellung machen wollen. Im letzten Jahr wurde... Und 350.000 Euro angeboten. Also 327.000 Euro, wegen Franken. Im letzten Jahr wurde berichtet, dass die Musikerin kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde und einige Tage später eine Pressekonferenz im Kosovo gehabt. Nun berichtet die Zeitung... Äh, ja. Da kann ich nur... Da kann ich nur Sprachlosigkeit ausdrücken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Übrigens, jeder, der hier kein Sub ist, ist NU und Mero-Fan. Überlegt euch. Und wenn es so weiter geht, auch wahrscheinlich noch Loredana-Fan. Angenommen und das Verfahren läuft auch noch. Aber es ist schon mal relativ komisch, wenn 350.000 Euro angeboten werden, wenn man komplett unschuldig ist. Also zumindest finde ich das ein wenig strange. Und das spricht natürlich dafür. Und das ist auch ein Auslöser der Beschädigen. Und bei Petra Z geht es sogar so weit, dass sie mittlerweile auch nicht mal die Beerdigung ihrer Mutter bezahlen konnte und Co. Also wirklich eine traurige Geschichte. Und bei einer, die jetzt so erfolgreich ist und so viel Geld auch verdient. Ja, das habe ich mitbekommen. Hier, Achtung. Aber ich lese es mal ganz kurz vor. Mit dem Betrug soll Loredana Petra Z und ihrer Familie Schäden zugefügt haben, die sie noch heute spüren. So heißt es in einem neuen Interview, dass Petra Z nicht einmal die Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter zahlen könne, die 3.300 Euro kosten soll. Ist das nicht ein ganz, ganz großes Armutszeugnis? Pummelparty ist so ein Spiel. Das sind so Minispiele und da kann man gegeneinander antreten sozusagen. Also sozusagen müssen wir uns duellieren mit den anderen Meinungsblockern. Da müssen wir natürlich als Alpha-Community, müssen wir natürlich komplett wegrasieren. Und ich zeige euch ganz genau, dass ich, ich habe das drauf, Leute. Ich habe das drauf. Ich kenne mich noch nicht zu 100% damit aus, aber ich werde es euch zeigen. Wie Mario Party, ja, ich glaube, das ist so ähnlich. Das ist wirklich eine traurige Geschichte und bei einer, die jetzt so erfolgreich ist und so viel Geld auch verdient, sollte man das auch immer ein bisschen hinterfragen, wie die Vorgeschichte ist. Sicherlich gibt es viele Leute, die im Rap auch Scheiße gebaut haben und irgendwie ist das ja auch das Image. Aber ich finde gerade so eine Person hat es dann irgendwie nicht verdient, dann irgendwie vom Karma so geküsst zu werden. Zumindest wenn was dran ist. Wie gesagt, das ist noch ein offenes Verfahren und ich muss mich auch sehr zurückhalten hier. Aber ich bin da eher auf der Seite von Petra. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also am besten wäre es halt jetzt nicht auf die Seite von Loredana zu stellen, weil sie als Betrügerin angezeigt wird. Wild auf jeden Fall. Ja, natürlich. Aber man, das Problem, was hier besteht und warum kaum jemand was sagt, ist, dass Loredana, glaube ich, als Schutz die Hells Angels hat. Und wer möchte sich bitte mit den Hells Angels anlegen? Ich glaube, so ein Ding ist das. Und wenn du das halt hast, dann hast du im Prinzip alles gewonnen. Da hat keiner Lust mehr auf dich. Schreibt eure Meinung, sag dich unten rein. Ich bleibe auf jeden Fall an diesem ganzen Thema noch dran. Ja, Pummi Party kostet 12 Euro. Und wir werden auch natürlich ein Update dazu liefern, wenn irgendwie bei Loredana jetzt... Woher weißt du das? Ich glaube, es hat sich zu Karma gesagt. Aber das weiß man, glaube ich. Das ist bekannt. ... irgendwas passiert, beziehungsweise sie sich dazu vielleicht zu äußert, zu der ganzen Geschichte, denn es geht momentan auf Twitter, Instagram ziemlich ab. Und ja, lass gerne einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Doch, Da Vinci? Da Vinci, bin ich auch deiner Meinung. Gibt es auf jeden Fall einen Like. Leute, Da Vinci immer liken. Ich weiß, Da Vinci verfolgt mich nicht mehr, guckt nicht mehr meine Videos an. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht so. Wir machen das Gegenteil und gucken uns gerade Da Vinci an. Einfach aus Respekt und Liebe. Und wie Bis zum nächsten Mal.